Kathi, wann hast du denn das letzte Mal deine elterliche Macht missbraucht, wenn eins deiner Kinder nicht mitgemacht hat? Oh, ja, jetzt möchtest du natürlich so Sachen hören, wenn nicht die Zähne geputzt hat, beim Anziehen nicht mitgemacht hat. Und dann habe ich so richtig, wenn du nicht, dann und unter Druck gesetzt und gezwungen, das zu machen. Boah, ich glaube, das ist das letzte Mal bis drei gezählt habe ich. Das ist 13 Jahre her. Also da darf ich dich enttäuschen. Es gibt allerdings Momente, wo es mir echt schwerfällt. Es sind so Momente, wo ich total müde bin und dann kommt so eine Überforderung und so eine Hilflosigkeit. Und dann merke ich, wie ich kurz die Führung verliere. Also mein Kind anzuleiten, was zu tun ist, was zu lassen ist, wo ich vielleicht eine Frage zu viel stelle. Das merke ich dann direkt am Verhalten meines Kindes und kann wieder zurückschwenken, weil ich Gott sei Dank gelernt habe, wie das geht. Und weil ich einfach vor 13 Jahren beschlossen habe, ab jetzt mache ich es anders und ich kriege das hin, komme, was wolle.